Tablighi Jamaat, auch Jamaat-i-Tablai, ist eine sunnitisch-islamische Frömmigkeits- und Mischensbewegung, die 1926 durch den Religionsgelehrten Maulana Mohammed Ilyas in Britisch-Indien gegründet wurde und heute weltweit operiert. Ziel der Bewegung ist es Muslime, die keinen inneren Bezug zu ihrer Religion haben, zu einem streng an Koran und so nah ausgerichteten Leben hinzuführen. Geschichte Historischer Hintergrund für die Entstehung der Tablighi Jamaat waren die Mischensbestrebungen der hinduistischen Ayasamayi-Gemeinschaft, die im frühen 20. Jahrhundert im Rahmen ihres Konzeptes von Shadi danach strebte indische Bevölkerungsgruppen, die während der Jahrhunderte muslimischer Herrschaft in Indien zum Islam übergetreten waren, für den Hinduismus zurückzugewinnen. Eine besonders wichtige Zielgruppe dieser Hindu-Mission waren sogenannte Naumuslime, die nur nominell dem Islam anhingen, aber weiter hinduistische Praktiken vollzogen. Hierzu gehörten unter anderem die Malkaner Raipoten in Nordindien. Bis zum Jahre 1927 gelang es der Ayasamayi-Gemeinschaft etwa 163.000 Malkaners zum Hinduismus zu bekehren. K. H. Vaya Hassan Nizami, ein muslimischer Gelehrter, der sich in Delhi als Journalist und Autor betätigte, rief vor diesem Hintergrund 1923 in einem Buch mit dem Titel Da'i Islam seine Glaubensbrüder zur Abwehr der hinduistischen Mischensbemühungen auf, und forderte, dass sich zu diesem Zweck jeder eine einzelne Muslim als Da'i betätigen müsse. Das Buch war unter den nordindischen Muslimen ungeheuer populär und erlebte bis zum Jahre 1926 fünf Auflagen, als Mittel für die Verkündigung des Islams im Fall Nizami, der dem Chishtia-Orden angehörte. Auch Sufi-Shi-Praktiken wie Kavali-Gesänge sowie Tazia-Prozessionen, während Nizami selbst nur publizistisch tätig war, setzte ein anderer muslimischer Gelehrter, Mohammed Ilyas, seine Forderungen in die Tat um. Im Gegensatz zu Nizami gehörte er allerdings einer islamischen Strömung an, die die Sufi-Shen-Traditionen ablehnte. Mohammed Ilyas war durch seine Familie eng mit der Deobandie-Bewegung verbunden, die 1867 Dekasekunden Darul-Ulum von Deoband ins Leben gerufen hatte, und pflegte insbesondere Beziehungen zur Führung des Mazahirul-Ulum, einer Schwesterschule des Darul-Ulum in Saharanpur. Nach Rückkehr von einer Wallfahrt nach Mekka begann Mohammed Ilyas im Jahre 1926 mit Mischens Aktivitäten unter den MIOS, einer bäuerlichen Volksgruppe, die in Mewat südlich von Dili siedelte. Bidi Malkanas nahmen die MIOS für sich raiputische Abstammung in Anspruch und galten als Naumuslime. Nachdem Ilyas in dem Ort Nuh eine Anhängerschaft aufgebaut hatte, bildete er eine Gruppe von sechs MIOS, die er damit beauftragte. Regelmäßig in den benachbarten MIO-Döfern über die Kalima D.H., das islamische Glaubensbekenntnis und das Ritualgebet zu predigen. Ab Ende der 1920er Jahre begannen Gruppen von neu bekehrten MIOS mit regelmäßigen Missionsreisen in der Region, die sie gleichzeitig dazu benutzen, um sich in den Zentren der Deobandie-Bewegung religiös unterweisen zu lassen. Nach einer weiteren Wallfahrt nach Mekka im Jahre 1932 rief Ilyas im Winter 1933 mehr als 200 seiner MIO-Anhänger in Delhi zusammen, wo er und Hussein Ahmad Madani, der Rektor der Madrasa von Deoband, in einer Ansprache über die Bedeutung des Teplai hielten. Wichtigster religiöser Gegner war weiterhin die Aya-Samai-Gemeinschaft, die bis 1934 eine große Anzahl von Malkanas zum Hinduismus bekehrt hatte und Anstrengungen unternahm, ihre Missionsarbeit auch auf Mewat auszuweiten. Um den Einfluss des Aya-Samai zurückzudrängen, rief Ilyas noch im Jahre 1934 eine große Versammlung von MIO-Führern zusammen, bei der er diese auf die Prinzipien des Islams verpflichtete. Bis zu seinem Tode im Jahre 1944 gelang es Ilyas, seine Glaubensbewegung fest in der MIO-Gesellschaft zu verankern. Bei einer Versammlung der Bewegung in NUH im November 1941 nahmen ungefähr 25.000 MIOS teil, darunter mehrere bekannte Ulama. Nach dem Tode von Mohammed Ilyas wurde sein Sohn Maflana Yusuf von den Ältesten der TJ zum neuen Amir der Gemeinschaft gewählt. Er war ein begabter Organisator und weitete bis zu seinem Tode im Jahre 1965 DK Sekunden Operations Gebiet der TJ auf die gesamte islamische Welt aus. Als unpolitische Bewegung konnte sie sich in den 1950er und 1960er Jahren durch ihre Missionare über die arabischen Länder, das subsaharische Afrika, Südostasien, die Türkei und Westeuropa verbreiten. In den frühen 1970er Jahren gründete die TJ eigene Madrasas und religiöse Zentren auch in den malayischen Staaten Kelantan und Terengganu. Religiöse Ausrichtung und Organisationsstruktur Kennzeichnen für die TJ ist der Anti-Intellektualismus. Für die Aktivisten der TJ ist der Islam vor allem eine praktische Aktivität und weniger etwas worüber gesprochen, geschrieben oder gelesen werden muss. Gelehrsamkeit wird als etwas betrachtet, das eine ständige Bedrohung für die Gemeinschaft darstellt, weil die Gefahr besteht, dass sie an die Stelle der praktischen Arbeit tritt. Deswegen muss dieser Versuchung ständig begegnet werden. Maflana Yusuf der Zweite Amir der TJ soll die Bitte eines Anhängers, ein Buch über die Bewegung zu verfassen, mit dem Argument abgewiesen haben, dass religiöse Praxis erheblich wichtiger ist als intellektuelle Betätigung. Die einzige intellektuelle Tätigkeit, die befürwortet wird, ist die mündliche Weitergabe der prophetischen Tradition. Die Anhänger der TJ üben regelmäßig missionarische Tätigkeiten aus, deren Zweck die Islamisierung der Gesellschaft und der Wandel der durch westliche Werte geprägten Gesellschaft zu einer islamischen Gesellschaftsform, ist, zu den obligatorischen Pflichten der TJ-Anhänger gehört es, regelmäßig, freiwillig und unbezahlt missionarisch stetig zu sein, um einerseits den Glauben zu verbreiten und andererseits als Prediger selbst zu einer besonderen Frömmigkeit zu gelangen. Die Anhänger der Gemeinschaft werden dazu angehalten, jeden Monat eine mindestens dreitägige Missionsreise durchzuführen, insbesondere im Umkreis der Heimatmoschee oder den benachbarten Städten. Darüber hinaus soll jährlich eine 40 Tage andauernde Missionsreise im In- oder Ausland durchgeführt werden. Schließlich ist eine viermonatige Missionierungsreise zweckseigener Fortbildung zu den Quellen der Bewegung, also Bangladesch, Indien und Pakistan, für alle Mitglieder einmal im Leben verpflichtend. Im Rahmen ihrer Pilgerreisen besuchen die TJ-Anhänger insbesondere Moscheen. Dort predigen sie und betreiben ihre Missionsarbeit. Darüber hinaus werden aber auch im privaten Bereich Einzelgespräche mit Muslimen geführt. Die TJ lehnt Gewalt grundsätzlich ab und begreift sich selbst als unpolitisch. Aufgrund dieser Ausrichtung wurde die Bewegung auch schon von anderen islamischen Gruppierungen kritisiert. So hat beispielsweise Tabish Mahdi, ein führender Ideologe der indischen Jamaati Islami, in den 1980er Jahren in einem eigens der TJ gewidmeten Buch dieser Bewegung vorgeworfen mit ihrer politischen Zurückhaltung, ihrer Vernachlässigung des Dschihad und ihrem übermäßig stark ausgeprägten Ritualismus die wahren Lehren des Islams zu verletzen. Das Weltzentrum der Tabligi Jamaat befindet sich in Neudeli in der Ortschaft Basti Hasrat Nasiuddin in einem mehrstöckigen Gebäude, das eine Moschee, ein islamisches Seminar und zahlreiche Räumlichkeiten für Besucher umfasst. Auch die Ältesten leben hier. Bis 1995 wurde dieses Weltzentrum von einem Amir geleitet, der auch als Hasrati bezeichnet wurde. Nach dem Tod des dritten Amir in Amal Hassan im Jahre 1995 ging die Leitung an ein dreiköpfiges Konsultativgremium über. Außerdem verselbstständigten sich die TJ-Gemeinschaften in Pakistan und Bangladesch stärker. Das Zentrum der Tabligi Jamaat in Pakistan befindet sich in Lahore, der Hauptstadt der Provinz Panjiab. Allerdings wird das 30 Kilometer südlicher liegende Raiwind ebenfalls als geistiges Zentrum bezeichnet. Die Europäische Zentrale der TJ, das Institute of Islamic Education, befindet sich in Großbritannien im nordenglischen Doosbury. Es werden dort junge Muslime zu Islamgelehrten im Sinne der TJ ausgebildet. Leiter des Zentrums ist der hochrangige TJ-Funktionär Sheikh 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 Mohammed Patel, der an nationalen und internationalen TJ-Veranstaltungen der TJ teilnimmt und als Redner fungiert. Die TJ in Deutschland Seit den 1960er Jahren ist die Tabligi Jamaat auch in Deutschland aktiv. Der Verfassungsschutz geht von rund 700 TJ-Mitgliedern aus. Als deutsches Zentrum der TJ gilt Friedrichsdorf nördlich von Frankfurt am Main. TJ-Einrichtungen existieren außerdem in Berlin, Bochum, Köln, Hamburg, Hannover, München und Pappenheim. Diese Vereine bzw. Moscheen weisen in ihren Satzungen allerdings nicht auf die TJ hin. Die TJ verfügt über keine flächendeckende, feste Organisationsstruktur in Deutschland. Ihre Aktivitäten werden gesteuert und koordiniert über informelle Kontakte der Anhängerschaft untereinander. Die vorrangige Zielgruppe der TJ in Deutschland sind insbesondere wirtschaftlich und sozial benachteiligte junge Muslime. Diese werden seitens der TJ als sehr empfänglich für ihre Botschaften eingeschätzt. Daneben gehören aber auch junge Islam-Konvertiten zur Zielgruppe der TJ, die in intensiven persönlichen Gesprächen geworben werden. Im April 2005 wurde in Hamburg ein einwöchiges Treffen der TJ mit ca. 1000 Teilnehmern aus dem In- und Ausland ausgerichtet. Als Gäste waren für diese Veranstaltung U.A. hochrangige Prediger aus Indien und Pakistan eingeladen. Der Bundesverfassungsschutz sieht laut seines Berichtes von 2006 die Gefahr gegeben, dass die TJ aufgrund ihres strengen Islamverständnisses und der weltweiten Misschens-Tätigkeit islamistische Radikalisierungsprozesse fördert. Demnach existieren belegte Einzelfälle, bei denen die Infrastruktur der Misschensbewegung von Mitgliedern terroristischer Vereinigungen zu Reisezwecken genutzt wurde. Siehe auch, Mohammed Abideh Al-Wahab. Siehe auch, Mohammed Abideh Al-Wahab. Siehe auch, Mohammed Abideh Al-Wahab. Vielen Dank.